Um an den VHS-Cloud-Kursen unserer Volkshochschule teilnehmen zu können, müssen die Teilnehmenden über einen VHS-Cloud-Account verfügen. Hierfür können Sie sich auf der Seite www.vas.cloud über den Reiter Kursmitglieder registrieren. Wir können den Teilnehmenden hierbei aber auch schnell behilflich sein, indem wir für sie den Registrierungsvorgang übernehmen. Das funktioniert wie folgt. Neue Kunden werden wie üblich in Kufer angelegt. Wichtig für die Teilnahme an Online-Angeboten über die VHS-Cloud muss zwingend eine E-Mail-Adresse hinterlegt sein. Nun muss der VHS-Cloud-Login des Teilnehmers oder der Teilnehmerin noch im Teilnehmerstamm erfasst werden. Dazu einfach im Teilnehmerstamm den Reiter E-Learning aufrufen. Hier auf die Schaltfläche Account anlegen klicken. Sollte klar sein, dass der Teilnehmer oder die Teilnehmerin noch nicht über einen VHS-Cloud-Account verfügen oder zumindest keine VHS-Cloud-Login-Daten vorliegen, einfach auf die Schaltfläche Neu klicken. Es startet ein kleines Pop-up-Fenster von Outlook, mit dem signalisiert wird, dass eine E-Mail mit den Zugangsdaten vom System der VHS-Cloud erstellt wird. Der E-Mail-Text ist über die Einstellungen in Kufer durch uns bereits für unsere Volkshochschule personalisiert worden. Mit einem Klick auf Erteilen werden die Login-Daten an die Teilnehmenden gesendet. Abschließend erscheint die Meldung, dass das VHS-Cloud-Konto erfolgreich angelegt wurde. Von nun an können die Teilnehmer in alle Kurse mit VHS-Cloud-Nutzung eingebucht werden und lassen sich mit einem einzigen Klick von uns in den jeweiligen VHS-Cloud-Kurs übertragen. Hier im Feld Login ist der VHS-Cloud-Login der angelegten Teilnehmer zu sehen. Sollten Teilnehmende einmal ihren Login vergessen haben, kann er über die Teilnehmerdaten auf dem Reiter E-Learning jederzeit aufgerufen werden.